Ja, moin moin allerseits. Der liebe Katka hatte mich eingeladen, einmal eine Runde Kirby im Hard Mode zu spielen und ja, dazu sind wir dann heute mal hier am Start. Katka habe ich mir dann zum Beeinrichten auch nochmal rangeholt. Willkommen im Video. Ein Stream ist es ja diesmal nicht. Ja, dann auch von mir. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du bei der Kirby Extra Game Herausforderung mitmachst. Oh ja. Ich meine, hey, Kirby, wessen Kindheit, naja, von Kindern aus, 80er, 90er Jahre, kennt die nicht. Naja, die neueren eigentlich auch, aber... Damals als Kirby noch weiß war und nicht rosa. Ja, ja. Außer man hatte die Super Nintendo Filter, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Super Game Boy. Ja, genau. Ja, also, äh, Nina spielt Kirby's Dream Land im Extra Modus, im super harten Modus, womit man eigentlich den Cheat Mode freischaltet und wir kauten halt einfach die Leben und schauen, wie viel es am Ende dem ahnen Kirby an Light zugefügt hat. Ja, das wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte, denke ich. Ja, deswegen viel Glück. Ich bin mal gespannt, was rauskommt. Mhm. Dann würde ich sagen, wechsel doch mal aufs Game, dann machen wir gerade die Einstellung und dann lasse ich dich zum Zocken in Ruhe. Ja, unbedingt. Weil da wirst du deine Kondensation gebrauchen. Ja, Kondensation. Und mit dem Rappabumbe. So, und damit willkommen in Kirby's Dream Land. Wir spielen mit original, auf Retro gemachter Super Nintendo Hardware. Von Nintendo auf der Nintendo Switch, genau. Ja, und ich sage, drück mal unten A und Select für den Extra Modus. Unten A und Select. Und gleichzeitig. Dann ploppt das auch so schön ins Bild rein. Irgendwie nicht. Unten A und Select. Ja, ist A auch auf A bei dir auf dem Controller. Weil normal ist Y und B, A und B. Ja, das ist der Config Mode. Da kannst du bei Kirby schon mal die neuen Leben einstellen. Das ist unten B und Select. Das war oben Select und A. Okay. Na, die würde ich voll lassen. Ja, ja. Das hast du weniger Leben. Das waren dann... Aber die Kirby's auf 9. Einfach auf maximal. Okay. Damit halt die Downtimes halt niedriger sind und du nicht so viel das Continue aussuchen musst. Und, äh, ja. Jetzt extra Game. Dann verabschiede ich mich. Wünsche dir viel Glück und bin gespannt, was rauskommt. Yo. Und auch an die ZuschauerInnen und alles dazwischen. Viel Spaß. Lasst euch das Video gefallen. Lasst dir ein Däumchen, ein Abo und ihr wisst schon, wie es geht. Alles da. Und, äh, schreibt dir einen netten Kommentar. Tschüss. Und vergisst nicht, bei Katka dürft ihr auch gerne reinschauen. Er macht sehr viel Retro-Kram. Und lasst auch gerne mal ein Abo da. Dankeschön. Immer doch. So, und dann fangen wir gleich mal mit den Green Greens an. Der ersten Stage. Und, ja. Das ging direkt schon mal auf die Nase. Wey. Boah, sind das jetzt ernsthaft Kamikaze-Bomber? Okay, das ist schon mal recht heftig, dass die mir hier das halbe Leben damit weggebombt haben. So, Konzentration, äh, ja. Die ist schon mal irgendwie da. Aber holy moly. Au. Okay, das ist... Heftig. Na ja, vielleicht kriege ich ihn so irgendwie besiegt. Äh, drückt mir die Daumen. Na ja. Das wurde schon mal nichts. Okay. Die Steuerung, die, äh... Persönlich für mich, die ist echt gewöhnungsbedürftig. Ey. Okay. Ach ja, das saugt ja fast mehr als Kirby. Ah, verdammt. Das war einmal verschlucken. Auch schön, dass Kirby nicht immer direkt, äh, ja, spuckt, wenn man B drückt. Das ist... Nett. Yay! So, die komische Brötchenfabrik da mal platt gemacht. Die Kamikaze-Hühner sind doch nicht so schlimm, wenn man... weiß ich nicht, stehen bleibt. Sind das vielleicht T-Rexe, dass die einen nicht sehen, wenn man sich nicht bewegt? Nur Secrets gibt's hier leider nicht. Schade. Ach ja. Also für die Leute, die modernere Kirby-Spiele gewohnt sind. Mich persönlich irritiert es auch ein wenig, dass man mit dem D-Pad prinzipiell, äh, fliegt. Oh Gott, das ist eine gemeine Stelle. Aber wie haben sie gemeistert? Ha! Ha! So, wir sind dann einmal bei unserem guten Kumpel Wispy. Autsch. Der, äh, mit Stachis wirft. Okay. Ja. Das wird eine Weile dauern jetzt. Oh je. Ähm, danke Kürbis fürs nicht rumdrehen. Aber das ist ja auch egal, da wir eh genug auf die Nase bekommen haben. Ach ja. Ey, den wollte ich haben. Den Apfel. Tja, das wird jetzt echt eine Weile dauern. Es ist aber auch ein bisschen fies, dass die scheinbar Doppelschaden machen, wenn ich das jetzt richtig beobachtet habe. Sogar dreifach? Wow. Hatte ich jetzt echt drei Leben, die der auf einmal weggeprügelt hat? Ja, Apfel bitte. Da wird man gerade springen. Und man drückt auf versehen auf B statt auf A. Mit so, dieses mit der Fingernagel drückt noch drauf, aber ja. Und ich fange wieder von vorne an. Oh je. Und ich fange wieder. Ah, mir ist warm. Ah ja. Und ich fange wieder. Ah, mir ist, wer ist alles чистyscheinzig. Ich fange wieder. tea Was zur... Okay. Naja, solange ich den Attentäter nicht nochmal besiegen muss mit den Bomben. Jetzt kannst du auf einmal schnell hintereinander Projektile einsaugen und verschießen, Kirby. Ach ja. Keine Ahnung, ob es an der Nintendo-eigenen Emulation, dem Controller oder dem Spiel an sich liegt. Slow down. Ach ja. Das Ganze müsste man echt nochmal auf dem Gameboy als Original spielen. Und da bin ich wieder hinüber. Yay. Ach ja. Und wieder auf zum guten Whispy. Nennen wir ihn mal gut. Der ist ja schließlich böse. An diesem Punkt muss ich echt sagen, ich glaube ich kriege den nicht hin. Naja. Ich gehe stark davon aus. Ja okay, das ist schon mal natürlich ein sehr fairer Anfang. Warum hat er den Kackapfel jetzt nicht verschossen? Den Controller habe ich noch nicht so oft benutzt, dass der jetzt schon Fehler an den Tasten haben kann. Ach ja. 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 doch gemogelt. Der hat aufgehört, zu viel zu pusten. Aber hey, wenigstens haben wir den. So. Stage 2 Castle. Lalalalalalalala. Hahaha. Äh. Okay. Au. Das war doch bestimmt eine... Ja. Doofe Idee. Hey! Der hätte doch in meinem Bauch landen müssen. Naja, ein Körbys Bauch. Ihr wisst aber, was ich meine. Au. Au. Ach. Suizidflügler. Au. Können wir vielleicht eine Petition ins Laufen kriegen, dass wir, äh, das Dreamland zu Nightmareland umbenannt bekommen? Ich meine, hier will einen ja echt alles tot sehen. So, Abflug. Oh Gott. Der schmeißt noch so ein Stachelvieh hinterher. Oh, wie gemein ist das denn? Äh. Äh. Hä? Wieso ist der jetzt da vorne abgeprallt? Kann mir das mal einer verraten? Der andere Schuss, der ging doch auch locker durch den Boden. Äh. Au. Au. Ich hab nicht mal auf A gedrückt! Was ist das denn für ein Mist? Aber zum Glück sind wir jetzt ja in Kapitel 2. Hier ist mir wieder ein Pinguin gegessen. Danke fürs Nicht-Verschießen von dem Viech. Warum darf der durch die Wand und ich nicht? Naja, durch die Decke, den Boden, wie man's sehen will. Äh, Pac-Mans! Jetzt würde ich gleich eh wieder erstmal verrecken. Na hoch, mit dir! Mann! Ja, warum bist du jetzt nicht gesprungen, Kirby? Ah, damn it! Ah, damn it! Ah, damn it! Schön, dass Kirby manchmal echt den Teufel tut, zu springen! Dann wär' … x 10 2 2 1 Oh, ne Flasche Wasser, das wird schon mal hilfreich sein. Naja, fragt sich wie lange. Ich gucke mir gerade so dieses Pattern von den zwei Stachelfiechern an und denke mir gerade nur so, nein. Und es war dann auch mal der falsche Weg. Damn it, verflucht es etwas. Oh yeah. Okay. 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 Au. Was war das denn? Ich bin echt keine klassischen Spiele mehr gewöhnt. Naja, zumindest den will ich jetzt noch besiegt bekommen. Okay, die wollen echt Blut sehen. Ey. Ich hab mir doch seine Kiste geklaut. Puh. Nervig. Aber es war machbar. Stage 3 Float Islands. Okay, ich hätte jetzt eher so... Nee, hätte ich einen Köder gefressen. Äh. Ja. Okay, wir haben Tintenfische. Splatoon lässt grüßen. Und da hätten wir auch schon Gegner, die mir vertrauter sind. Oder zumindest Angriffspattern, die mir vertrauter sind. Jetzt müsste man natürlich den zweiten Teil spielen, wo Kirby die Fähigkeit mit dem Laser dann auch noch selber erhält. Aber naja. Okay. Äh. erschreckend screen clearer sind echt angenehm hat das schon mal jemand gesagt ok kokosnüsse sind böse einfach nur noch ist mir da gerade echt eine kokosnuss entgegen gekommen ok das one up muss ich mir natürlich noch mitnehmen ich meine hey überlebenschancen verbessern und so man kennt es ja ich hab's gesagt ja mal hoffen der ist jetzt wieder da yes naja dann kann man sich hier wenigstens so ein bisschen ich will jetzt nicht unbedingt sagen vereinfachen aber ja es macht auf jeden fall einiges einfacher wenn man da so wenigstens weiß man kann man muss nicht aber man kann so seine au seine leben doch ein bisschen erhöhen auch wenn es nur so als okay infinite checkpoint oder so anzusehen ist hallo können oder so hallo kirby springst du okay irgendwie möchte ich jetzt noch gucken was da drin ist ah one up und extra lebenspunkte die wahrscheinlich gleich eh wieder flöten gehen werden aber das extra leben nehme ich gerne mit so es ist mir gerade warm ey hey kirby du steckst fest so und willkommen in den wolken hoffentlich treffen wir jetzt gleich nicht jemanden von den sohn auf boah wie fliegt der denn und vor allem warum nimmt der keinen schaden ich meine wie oft habe ich den getroffen versus wie oft hat der mich getroffen ist bei dem slowdowns natürlich gerade auch sehr angenehm zu erkennen wann man getroffen wird und wann nicht vor allem wenn die projektile irgendwo im flackern verschwinden herrlich herrlich hohohoho das war knapp stage 4 bubbly clouds wuuu und its raining kirbys wie man sieht so von der stage preview her auch blöde kanone so und die sind keine gefahr solange man sie nicht ansaugt zumindest im normalen spiel keine ach du scheiße wie krieg wie krieg nevermind äh alter der regenschirm hat einen eigenen willen der regierung wie böse ist das denn au wo kam der her okay au dieses okay ich drück doch b naja und das spiel denkt sich nur i don't care ich habe ich habe nach oben gedrückt das ich habe nach oben ich habe nach oben das ich habe nach oben das ich habe nach oben ich habe nach oben Naja, Hauptsache durch die Tür. Ja, ne, jetzt packen sie die Bummer im Wilds oder wie sie hießen aus. Naja, wir haben schon den Großteil des Spiels hinter uns. Warum also nicht weitermachen? Du sollst nach oben fliegen, wenn ich nach oben drücke! Mann! Ich kann mich aber erinnern, dass man die Projektile von denen in den moderneren Kirby-Teilen, naja, wegkürbien kann. Hm. Ein bisschen Energie wäre gerade echt nett, finde ich jedenfalls. Und das nicht unbedingt auf diese Art und Weise. Was? Wo kommen die denn auf einmal her? Ach, diese Suizidvögel, ey. Hätte der jetzt nicht eigentlich von links kommen müssen? Naja, doch habe ich hier ja ein paar Leben in diesem Raum. Oh, zweimal rechts, zweimal links. Oh. 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 Oh yeah. Okay, boss time. What's so- naja. Au. Äh, ja, die Bomben, denke ich, die möchte ich bitte einsaugen können, um sie auf ihn zurückzuschleudern. Okay, interessant. Da! Mann! 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 Der ist jetzt fast gewesen. Und hätte ich den jetzt nicht wieder... Äh, ja. Ähm. Temperatur, geh mal runter, ey. Ui, nochmal so eine Gradius-Pflanze. Ja, Kumpel, du darfst da gerne wieder, äh, weggehen. Ich will da nämlich durch. Oh, folgen die jetzt ernsthaft die ganze Zeit, Kirby, Sir? Ja, wie assig ist das denn? Oh, Hölle. Aber naja, wenigstens haben wir noch mal ein bisschen Lebensenergie dazugekommen. Ähm. Ähm. Na ja, hat's ja noch fürs Ende dahin gereicht. Oh je. Irgendwie habe ich Angst davor, hier mit nur noch drei, äh, Leben zu sein. Alter. Der ist... Okay. Kirby bewegt sich gerade echt scheiße, muss ich leider sagen. Nein. Ähm. Ähm. Äh. Äh. Hmm Ey, ich hab doch weh gedrückt. Okay, das ist echt nervig, wenn der anfängt, seinen Pattern so ein bisschen durchzumischen. Okay, zwei RAM-Angriffe. Dann fängt er erst mit den Bomben an. Nevermind. Danach darf ich scheinbar echt nicht gehen. Hm? Das war jetzt gemein! Ah, verdammt! Oh nein! Warum ist der jetzt gesprungen bzw. in den Flugmodus gegangen? Ich hab mich nur umgedreht! Ich bin doch ausgewichen! Warum hat das nicht mehr gezählt? Ich fasse das als Nein auf! Ah, ist das zum Kotzen! Ich hab grad echt keinen Bock mehr auf den Gegner! Er such dir mal deine Reihenfolge aus, ey! Ich hab doch einen gesaugt! Da! Boom! Ah! Endlich! So wenn dieses Muster oder dieser Mangel von nem Muster einen einfach die ganze Zeit an derselben Stelle aufhört, weil du nicht aufhält, weil du nicht predikten kannst, wie der da gerade was macht, das ist einfach nur ekelhaft! Und ja, wir kümmern uns scheinbar jetzt à la Megaman nochmal um alle Bosse bevor es zu äh... zu dem großen bösen Pinguin geht! Aber die große Frage ist, die Preisfrage, welchen machen wir jetzt zuerst? Und vor allem, müssen wir die alle in einem Durchlauf packen? Drück mir die Daumen, dass die Antwort Nein lautet! Okay! Okay! Wie hab ich mich jetzt noch mitgekriegt? Mal um den gekümmert! Definitiv nicht so! Echt nicht so! Okay, ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass ich wieder beim Boss lande! Aber das wäre ja wohl zu einfach! Äh! Welche comparison mit einem Denken? Aber das wäre natürlich ein schlecht! Echt, was das? Naja... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, einmal Wispy mit null Leben gemacht, der Rest, der wird nicht so gut verlaufen, denke ich, weiß ich schon Ja Oh, das tut gerade echt gut Äh, ja Du wirst wahrscheinlich nochmal der Gradiest Boss hier sein Oh, das tut gerade echt gut Oh ja. Ich möchte jetzt meinen Mega-Man-mäßigen Health-Refill haben, bitte. Oh, drückt mir so bitte die Daumen, dass, wenn ich jetzt sterbe, nicht die beiden Bosse nochmal machen muss. Das wäre so gemein. Am besten lege ich mich dann direkt erstmal nochmal mit der Wolke hier an. Was? Was? Was war das denn? Dieser blöde Stern, der hat mich gerade, als ich gespawnt bin, gekillt. Wie fies ist das denn, bitteschön? Okay, der hätte auch schon längst Platz sein sollen, so oft, wie ich den getroffen habe. Boah, aber muss das immer sein, dass man direkt hier wieder anfängt? Oh neee! Oh neee! Warum treffe ich das? Ja gut, wahrscheinlich, falls es im Hintergrund steckt, treffe ich es nicht, aber... Und den anderen auch. Jetzt noch diese Pupswolke mit dem Auge. Da! Schon wieder! So, und jetzt nichts wie weg hier. Drei Leben, um das Vieh zu besiegen. Keine Ahnung, was das gerade war, was ich auf meinem Schreibtisch liegen hatte. Der kriegt mich immer wieder. Das kann ich jetzt schon bestätigen, ey. Au. Kann der sich mal an ein scheiß Muster halten, ey? Boah. Man kann ja nicht mal sicher sein, ob der da einen RAM-Angriff oder seinen Kack-Laser macht. Und ich darf alle nochmal machen, ja leck mich. Mal wieder weiter. Mit Wispy. Nochmal. Ja, nochmal. Das war nicht mit Absicht. Okay, ich hab noch versucht, ihn einzusaugen. Das war ja wahrscheinlich eh nicht geklappt. So. Tja. Was war das denn jetzt bitte für ein Vorführeffekt, dass das auf einmal so klappt? Prost. So. Einmal in den Boxring mit King KKK. Okay, das... Das war gemein. Aber irgendwie zu erwarten. Und Alter hat er viel Lebenspunkte. Aber eh gut, von dem letzten Endgegner... war das zu erwarten. Ach, da muss ich jetzt auch erstmal wieder so ein Rhythmus-Gefühl reinkriegen. Der hüpft ja... Äh! Wie bekloppt der hier? Ja. Lass mich doch erstmal irgendwo Fuß fassen. Ja. Äh! 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 Okay, das war gemein. Der lässt einen hier echt keine ruhige Minute. Ach ja. Alter! Alter! Was hat der für ein Zielsuchsprung? Zum bothereden. Oh, das... Ich hab zuerst gesaugt. Oh, fünf. Ich glaub, das war schon mal die Hälfte, was er jetzt hat. Jetzt muss ich das nur noch doppelt so viel schaffen, ohne dass der mich killt. So, und bestimmt darf ich jetzt alle Bosse nochmal machen. Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja! Oh, sehr schön. Sehr schön. Und ich glaub einfach, for the shits and giggles, einfach um den... Naja. Ich geh einfach mal hin und erstell hier so einen Speicherpunkt, weil... Ja. Es ist einfach cool für die Zukunft, sowas nochmal zu haben. Oh, der lässt einen echt nirgendwohin entkommen. Oh, der lässt einen sehr nirgendwohin. Mh! Das war's für heute. Ach komm. Saugen ist Kirbys Ding nicht deins. Dankeschön. Du bist einfach nur der Tölpel vom Dienst. Au. Oh, diesmal fliegt er aus der linken Seite raus. Oder auch nicht. Äh? Wer hätte damit rechnen können? Aber dann haben wir's doch irgendwie noch geschafft bekommen. Wuhu! Roll the... Entschuldigung. Meine Güte. Kohlensäure. Sorry! Roll the credits! Ah, das genieße ich jetzt. Ich glaub's zumindest. Ja, nee. Okay. Das sind schon zu... Na, egal. Lassen wir's. Die Narben, die kann doch sich eh keiner merken. Aber es ist schon mal gut, die hier so aufnahmemäßig drin zu haben. Und darauf trinken wir erst mal einen. Thank you for playing. Oh yeah. Das muss man am Ende echt noch... Äh, ja. Das war ein Erlebnis. Ein lautes Erlebnis. Äh, hey. Wir haben König DDD die Truhe geklaut und, äh... Die komischen Silhouetten da unten bekommen Obst. Bye bye! Ech, die Musik ist einfach catchy. Ech, die Musik ist einfach catchy. Ach, ja. Äh, Kabula nennt sich das Ding. Okay. Ich frag mich echt, wie man auf manche dieser Namen kommt. Also, ja. Cracko. Naja, da hätte man irgendwie drauf kommen können. Von wegen Gewitter, Cracker. Blooper. Oder Blopper. Naja, ich denk mal eher Blopper. Ach, Mr. Pumpkin. Naja. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass das nur eine Tomate ist, aber... Ja, gut. Lassen wir das mal als Pumpkin im Raum stehen. Whiskers. Ah, süß. Dann ist das also eine Katze. Äh, ja. Mir fällt grad ein. Ich glaub, ich hab den zwischenzeitlich King KKK genannt. Äh, ja nee. Das ist Blödsinn. Das gibt's nicht. Nein. Äh, Prost. Wieso? Sieht TDD grad echt bekifft aus? Äh, jetzt ist TDD traurig. No. Ja, gut. Das war dann offiziell Kirby's Dreamland. Und, ja. Danke an euch auf jeden Fall fürs, ja, fürs Zuschauen. Special Dank geht auf jeden Fall nochmal raus an Katka, der mich für diese Challenge hier eingeladen hat. Und der auch den Schnitt übernimmt. Und, ja. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Tschö mit ö. Tschö mit ö. Tschö mit ö. Untertitelung des ZDF für funk, 2017